Eine unerwartete Pause auf dem Trainingsgelände von Borussia Mönchengladbach versetzt die Fans in höchste Alarmbereitschaft. Jordan Siebertscheu, der Stürmer, dessen Leistung die Fans begeistert hat, fehlte am vergangenen Dienstag aus gesundheitlichen Gründen den Aktivitäten. Sein Name wurde von der Trainingsliste gestrichen, nachdem beim jüngsten Bundesligaspiel gegen Darmstadt 98 eine Verletzung festgestellt wurde. Nach Informationen der angesehenen rheinischen Post gibt Siebertscheus Fernbleiben vom Training Anlass zur Sorge. Die Verletzung des Stürmers wird als schwerwiegend beschrieben, obwohl es Hinweise darauf gibt, dass sie nicht so schwerwiegend ist wie zunächst befürchtet. Allerdings bleibt seine Teilnahme am nächsten Spiel gegen RB Leipzig, das für Samstag um 18.30 Uhr geplant ist, ungewiss. Trainer Gerardo Seuane beleuchtete die Situation in einem kurzen Statement. Es bleibt fraglich, ob Jordan es bis Samstag schafft, aber mit Robin Hack, der die Position übernimmt, sieht es vielversprechender aus. Trotz der Ungewissheit über Siebertscheus Anwesenheit im entscheidenden Spiel gegen RB Leipzig gibt es ermutigende Anzeichen. Am vergangenen Dienstag drehte der Stürmer nach einer individuellen Trainingseinheit im Kraftraum einige Runden über das Feld. Dieser Fortschritt deutet darauf hin, dass die Erholung zwar ein schrittweiser Prozess sein könnte, es aber Hoffnung gibt, dass Siebertscheus fit genug sein könnte, um zum entscheidenden Konflikt beizutragen. Und nun, liebe Fans von Borussia Mönchengladbach, wie gehen Sie mit dieser Nachricht über Jordan Siebertscheus um? Befürchten Sie, dass er im wichtigen Duell gegen RB Leipzig außen vor bleiben könnte? Oder zuversichtlich, dass er sich rechtzeitig erholen wird, um dem Team zu helfen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren unten und lassen Sie uns gemeinsam unseren wertvollen Spieler unterstützen. Ihre Anwesenheit auf dem Spielfeld ist für unsere Ziele von grundlegender Bedeutung und wir glauben an ihre triumphale Rückkehr.